Dieser Mann heißt Lati Majid und stammt aus Syrien. Er hatte genug Geld, um seine Frau und beide Kinder mitzubringen und musste nicht alleine kommen, um hier dann Angst um seine Familie zu haben und sie später erst nachholen zu können, wie viele andere Flüchtlinge. Außerdem hält er kein teures Smartphone in der Hand, wahrscheinlich weil er nicht darauf angewiesen ist, um Kontakt mit seinen Leuten in der Heimat halten zu müssen. Deshalb ziehen hier die ständig verbreiteten Argumente nicht, der feige Kerl sei alleine gekommen und ließe seine Familie im Kriegsgebiet zurück, oder aber die haben ja genug Geld und können sich sogar Smartphones leisten. Dieser Mann hat seine Frau und zwei Kinder durch eine brutale, lebensgefährliche Flucht in einem Schlauchboot hierher nach Europa gebracht. Einer Flucht, die einen pauschal urlaubenden Deutschen sofort zu mannshohen Regressforderungen gegen den Reiseveranstalter veranlassen würden. Liebe Deutsche, dürfen wenigstens Lati Majid und seine Familie hierbleiben, oder stört euch die große Uhr an seinem Handgelenk? Einer Flucht, die eine Brille um den 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 Brille um die Flugzeug zu verraten.